Dann rufe ich auf den Punkt 6 der Tagesordnung. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Bündnis 90 die GRÜNEN. Zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, Drucksache 20 4904. Meine Damen und Herren, entweder hören Sie mir zu, oder ich mache nicht weiter. Das ist ganz einfach. Machen wir mal Pause ein bisschen, zwei Minuten. Jeder kann ein paar Übungen machen. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Auch die Kollegen, die dort stehen, bitte ich, Platz zu nehmen im Plenarsaal. Ich bitte, sich wirklich etwas diszipliniert zu verhalten. Ich habe den Tagesordnungspunkt 6 aufgerufen, die erste Lesung des Gesetzentwurfs. Der Gesetzentwurf wird vom Kollegen Schwarz von der CDU-Fraktion eingebracht. Bitte sehr. Hoher, verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Für die regierungstragenden Fraktionen der CDU und der GRÜNEN darf ich das zweite Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes zwecks Bekämpfung des Corona-Virus einbringen und begründen. Meine Damen und Herren, es ist fast acht Monate her. Es war der 18. Juni 2020. haben wir in diesem Haus das erste Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes zur Bekämpfung des Corona-Virus beschlossen. Die Zeit vergeht. Nach damaligem Wissensstand haben wir dieses Gesetz und die anhängigen Maßnahmen bis zum 31. März dieses Jahres befristet. Das war gut und vernünftig. Es galt, Fristen einzuhalten. Es ging um Prüfungsordnungen, Konferenzregelungen etc. In exakt acht Wochen läuft dieses Gesetz aus. Am 31. März wird das sein. Wir hatten damals die Hoffnung, dass wir da schon möglicherweise jetzt weiter sind. Im Rahmen der Pandemie haben alle stetig dazugelernt. Tatsache ist, die Pandemie geht weiter. In den letzten Wochen mussten wir das leidvoll besichtigen, wie auch die Inzidenzen hochgingen. Zum Glück haben wir mittlerweile einen etwas moderateren Weg, und die Zahlen sinken. Fakt ist, wir müssen uns vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie natürlich wappnen. Die Schulen müssen wir das zweite Halbjahr, die Schulen müssen wir das anstehende Schuljahr 2021 Planungssicherheit bekommen, Rechtssicherheit bekommen. Wichtig ist, dass die Regeln so viel Klarheit geben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch den, wie heute Morgen schon besprochen, erforderlichen Spielraum, weil ein Gesetz starrer ist als Verordnung. Mit Blick auf das erste Gesetz, das wir im letzten Sommer auf den Weg gebracht haben, haben wir das einmal durchkämmt und geschaut nach drei Kategorien. Erstens. Welche Regelungen sind verzichtbar? Welche können auslaufen? Zweitens. Welche müssen verlängert werden? Und welche haben sich so bewährt, dass wir sie entfristen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das beispielhaft darlegen. Ich habe auch die begründete Hoffnung, dass wir das in der Notwendigkeit einmütig beschließen werden. Ich beginne einmal mit der Anpassung und Verlängerung in den Bereichen der Unterrichtsgestaltung, Prüfungen und Konferenzen. Das sind nur Beispiele. Es gibt viele Details. Wir haben beispielsweise die Amtszeiten für Landeselternbeiräte, für Landesschülervertretungen bis Ende dieses Schuljahres verlängert. Wir weichen weiter von der verlässlichen Schulzeit ab. Das greift bis Ende des nächsten Schuljahres. Wir weichen von der Zahl der Leistungsnachweise ab. Auch das greift bis Ende des nächsten Schuljahres. Oder beispielsweise Art. 1, § 15c, die Regelungen zu den Förderprogrammen, unter anderem Ostercamps, dass Ostern nicht mehr weit ist, wissen wir. Der zweite Regelungskreis ist der Bereich, wo Regelungen entfallen können. Auch nur hier ein Beispiel. Wir erinnern uns insbesondere die Bildungspolitiker über die Diskussion der Frage der vereinfachten Versetzung. Das kann heraus. Der dritte Regelungsbereich sind Dinge, die im Gesetz entfristet werden können, Dinge, die sich bewährt haben, beispielsweise die Abweichung vom Präsenzunterricht, die unter bestimmten Auflagen, unter bestimmten Rahmenbedingungen ermöglicht werden kann. Oder im Bereich der Lehrerbildung die Möglichkeit, mündliche Prüfungen in elektronischer Form durchzuführen, genauso wie Konferenzen unter Zuhilfenahme von Videokonferenzsystemen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir neu aufgenommen haben, die Regelung zum Annex II des Digitalpakts und heute bereits auf den Weg gebracht, durch einen Änderungsantrag. Nicht, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät. Angex III zum Digitalpakt, das war ein Änderungsantrag bei der Haushaltsdiskussion. Strich darunter sind Tausende von Details. Ihnen liegt der Gesetzentwurf vor. Warum setzen wir wieder eine Frist? Weil wir da sicher sind, dass der Corona-Ausnahmezustand – da bin ich ein unverwüstlicher Optimist – nicht auf Dauer tragen wird. Wir haben – das möchte ich jetzt verfahrenstechnisch sagen – im Sommer 2020 eine sehr muntere Debatte nicht um die Notwendigkeit und nicht um den Inhalt des ersten Corona-Schulgesetzes geführt, sondern es ging in erster Linie um Fristen und Verfahren. Wie machen wir das? Wir können die Protokolle nachlesen, auch selbst in der Anhörung und in der Auswertung. Es ging de facto nicht um irgendeine Frist und um eine Maßnahme. Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Nein, es ging in der Tat nur um das Verfahren. Jetzt haben wir Zeit. Wir haben heute bereits die Einladung für die Ausschusssitzung. Wenn wir wollen, können wir natürlich eine schriftliche Anhörung auf den Weg bringen. Das ist selbstverständlich. Wenn die schriftliche Anhörung gute Impulse bringt, bringen wir sie genauso in einen entsprechenden Änderungsentwurf in das Gesetz ein. Das ist gar keine Frage. Die Tatsache ist, wir brauchen Planungs- und Rechtssicherheit. Wir werden dann im März eine Dido-Lesung vornehmen. Ich glaube, dass das auch nicht zu viel verlangt. Das setzt natürlich voraus, dass wir eine Sondersitzung zur Auswertung machen für den Fall, dass wir eine schriftliche Anhörung beschließen. Unterm Strich gehe ich davon aus, dass wir uns in diesem Hause einig sind über die Notwendigkeit des Gesetzes. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Inhalte unstreitig sind. Ich würde mich freuen, wenn wir nach einer sehr emotionalen und munterem Debatte eben gerade, die aus meiner Sicht in Teilen wirklich bestimmte Grenzen überschritten hat, an dieser Stelle große Einigkeit zeigen. Es wäre dann sachsindienlich. Wir würden Zeit sparen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns danach im Ausschuss. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. – Das Wort hat Frau Kollegin Manuela Strube, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie nichts anderes zu erwarten war, sprechen wir heute erneut über die Verlängerung der Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften. Schon letztes Jahr im Mai haben wir, wo wir das erste Mal über diesen Gesetzentwurf beraten haben, angekündigt und zu Recht gefragt, warum das Ganze befristet ist und warum das Ganze mitten im Schuljahr endet. In der letzten Begründung heißt es nun, dem damaligen Wissensstand zu folgen und der damals vorherrschenden Auffassung folgend. Für uns war das letztes Jahr schon klar, dass es nicht im Nevada enden kann, und wir haben schon damals diese Auffassung nicht geteilt. Wir haben Sie davor gewarnt, dass reines Hoffen und Beten kein schnelles Ende der Pandemie herbeibringen würde und auch kein Zickzackkurs. Doch genau so ist es gekommen. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern sowie Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind in einem Schuljahr 2020 und 2021 gestartet, und es war unklar, wie und mit welchen Regeln es enden würde. Nun, am vergangenen Freitag wurden Halbjahrungszeugnisse verteilt oder auch nicht, und keiner weiß, was das restliche Schuljahr mit sich bringt. Schulgemeinschaften brauchen aus unserer Sicht endlich eine Perspektive, und sie brauchen Verlässlichkeit. Dass kurzfristige Änderungen in der Pandemiezeit zusätzlich verunsichern und die Belastungsgrenzen ausreizen, hat auch hoffentlich die Landesregierung endlich erkannt, Herr Kultusminister. Ich freue mich also, dass der nun vorliegende Entwurf das Schuljahr 2021-2022 mit umfasst. Ich würde sagen, SPD wirkt. Das sieht man auch bei der endlich getroffenen Entscheidung für den Wechselunterricht. Ich frage mich aber wiederum, wann die Regelung auch auf die Klassen 7 bis 9 ausgedehnt wird, ob das ab März tatsächlich so kommt, nach einem Stufenplan, dessen Stufenhöhe sich variabel ändern lässt. Heute habe ich gehört, Stufenplan Lorz oder kurzfristig. Was ist hier die Annahme oder was ist der Wissensstand, nachdem entschieden wurde? Das können Sie uns ja gleich noch beantworten. Letzte Woche Freitag habe ich bei der Zeugnisausgabe ein Gespräch mit einem Schulleiter unserer Tochter geführt. Die Schulleitungen wünschen sich ebenfalls eine Ausdehnung des Wechselunterrichts über den Jahrgang 6 hinaus, damit ihnen Kinder und Jugendliche insbesondere in der Pubertät nicht abhanden kommen. Wenn Sie schon nicht auf uns als SPD hören, dann hören Sie doch bitte auf die Basis die Schulen vor Ort, die tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das wäre heute ein Wunsch von mir. Auf Ihren genauen Plan für eine individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen bleiben wir weiterhin gespannt. In Art. 24 des Gesetzentwurfs wird deutlich, dass es die Möglichkeit der schulischen Förderangebote in den Ferien geben wird. Doch nicht nur in den Ferien mit freiwilligen Oster- oder Sommercamps muss den Kindern und Jugendlichen die Hand gereicht werden, um aufzuholen und zu kompensieren. Ich persönlich habe hierzu schon eine Idee, welche in den Schulen in der Region Kassel auf Gegenliebe stößt. Und wenn sie spruchreif ist, lasse ich Sie gerne daran teilhaben. Sie können mich hierzu gerne ansprechen oder ich spreche Sie dazu an. Und was ich hier nochmal ganz fest unterstreichen möchte, es geht nicht nur um fachliches Wissen, es geht nicht nur um Förderkurse in Deutsch und Mathe, es geht auch um das soziale Miteinander und um das soziale Zutrauen. Es geht um einen Umgang mit Ängsten und Verunsicherungen der Kinder und Jugendlichen. Wie Stefanie Ollenhausen in ihrer Analyse zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2020 des Bundesinstituts für Berufsbildung Bonn schreibt, ist es gerade auch mit Blick auf die Zukunft der jungen Menschen relevant, dass sie Verunsicherungen nicht chronisch verfestigen dürfen. Ein paar Punkte zur Berufsorientierung haben Sie ja jetzt schon unter Art. 14 angeführt. Hier bleiben wir weiter gespannt auf die Antwort auf unseren Berichtsantrag der SPD-Fraktion. Eigentlich ist die Frist rum, wir müssten die Antworten in den nächsten zwei KPA-Sitzungen auch bekommen, sodass wir da auch nochmal drüber diskutieren können. Und auch hier muss die Landesregierung Verantwortung übernehmen. Sie muss den Schulen mit klaren Konzepten und Vorschlägen die Arbeit erleichtern. Es geht nicht, dass die Verantwortung immer von oben nach unten durchgereicht wird. Und am Ende nennt sich das Orientierungsrahmen, habe ich heute auch gelernt. Genau das scheint aber auch in Bezug auf das digitale Unterrichten wieder einmal die aktuelle Strategie zu sein. Im ersten Artikel des Gesetzentwurfs, der sich auf die Änderung des Hessischen Schulgesetzes bezieht, geht es unter neuntens um die digitalen Anwendungen in Bild- und Tonübertragung im Rahmen des Unterrichts. Unter Artikel 83a heißt es dann dazu noch, wenn diese digitalen Anwendungen durch das Hessische Kultusministerium oder eine von dieser beauftragten Stelle geprüft und den Schulen zur Anwendung zur Verfügung gestellt wird. Dieser Satz dagegen fehlt auf die Übertragung von Bild und Ton im Rahmen des Unterrichts gänzlich. Auch unter Artikel 23 des Gesetzentwurfs, also der Verordnung über den Einsatz von Videokonferenzsystemen, zur Zuschaltung von Schülerinnen und Schülern zum Präsenzunterricht, findet sich rein gar nichts dazu. Keine Prüfung, keine Freigabe, die Verantwortung liegt wieder bei den Schulen bzw. bei den Lehrkräften vor Ort. Und wir haben doch in den letzten Wochen gesehen, wozu unsichere Verbindungen führen. Weder die Personaldaten unserer Kinder und Jugendlichen sowie Lehrkräfte sollen doch in falsche Hände geraten oder Material aus Videos und Bildern von fremden Hackern plötzlich auf dem Bildschirm unserer Kinder auftauchen. Doch eine sichere Option vorzugeben ist nicht die Aufgabe von Lehrkräften, nein, das ist ihre Aufgabe. Sie sind für die pädagogische Arbeit zuständig, die Lehrkräfte, weswegen wir auch eine Ergänzung der Bekräftigung der pädagogischen Entscheidung in Artikel 23 begrüßen würden. Wie Sie in den letzten Monaten sicherlich gemerkt haben, können Sie sich viel Ärger ersparen, wenn Sie einfach auf uns hören oder von Anfang an auf uns gehört hätten. Statt einen Zickzack-Turs zu fahren und immer wieder nachzubessern, raten wir Ihnen gerne, unsere Vorschläge erneut aufzunehmen. Die sind ja auch zahlreich. Und so eine zielgerichtete und in realen Umständen entsprechende Bildungspolitik zu machen. Und noch zu Ihnen, Herr Schwarzeinsatz, ich freue mich sehr, dass Sie diesmal die Anhörung angekündigt haben, weil bei dem Gesetzentwurf mussten wir im Ausschuss darum streiten. Und jetzt haben Sie es von selber angeboten. Dafür noch einmal einen herzlichen Dank und vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Matthias Büger, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles, was wir hier im vorliegenden Gesetzentwurf haben oder was er regeln soll, das hatten wir ja bereits, das wurde ja auch schon erwähnt, im Frühjahr 2020 diskutiert, und zwar beim ersten Corona-Anpassungsgesetz. Damals, und die Kollegin Strupe hat das ja völlig richtig gerade erwähnt, waren wir auch als Freie Demokraten sehr für eine Anhörung. Das war auch sehr richtig, und das war auch sehr wichtig. Das können wir im Nachhinein feststellen. Denn ich glaube, gerade in einer solchen Situation, die natürlich für uns alle ein Stück weit neu ist, da sind auch die Einschätzungen von Anzuhörenden wichtig, denn ich halte sie geradezu für unersetzlich. Wir haben auch an der Stelle sehr komplexe Regelungen zu treffen. Ich denke nur einmal an die beruflichen Schulen. Deswegen noch einmal hier der Hinweis, wir brauchen wirklich eine Anhörung. Lassen Sie mich einen Punkt vor die Klammer ziehen, weil ich glaube oder weil ich auch hoffe, Herr Schwarz, dass da auch eine möglichst allgemeine Einigkeit ist. Natürlich wäre es uns lieber, wir hätten eine Situation, in der wir viel mehr Präsenzunterricht haben könnten. Es wäre uns lieber, wir müssten all diese Regelungen nicht treffen. Es wäre uns lieber, wenn wir nicht von der Stundentafel abweichen müssten oder Betriebspraktika durch andere alternative Angebote ersetzt werden müssten. Das wäre uns allen lieber. Aber natürlich müssen wir mit der Situation, wie sie ist, mit der Realität umgehen. Aber genauso dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass es Probleme gibt. Machen wir einmal ein Beispiel für Probleme. Die kleinen Fächer. Vorhin wurde ja erwähnt, Mathe, Deutsch, Fremdsprache. Da haben wir auch zusätzliche Angebote. Aber die drohen gerade in einer solchen Situation immer mehr unter den Tisch zu fallen. Dabei sind auch diese Fächer gerade in der Summe durchaus wichtig und haben einen großen und wichtigen Beitrag im schulischen Leben. Wenn ich mir das Abiturfach Sport wähle und davon ausgehen darf, dass ich auch darin eine Prüfung mache, dann möchte ich natürlich in einem solchen Fach nicht nur eine Theorieprüfung machen, sondern auch ganz praktisch zeigen, was ich in einem solchen Fach kann. Das ist genau etwas, was aktuell schwierig ist. Die kleinen Fächer haben also hier ein Problem. Das Gros der Regelungen, die hier vorgesehen ist, sind lediglich Notfallregelungen, damit der Schulbetrieb auch in der Pandemiezeit möglich ist. Dass Notfallregelungen notwendig sind, bestreiten wir gar nicht. Das unterstützen wir sogar. Beispiele sind die Abweichung von der Mindestahl der Leistungsnachweise, die Abweichung von verlässlichen Schulzeiten, die Verschiebung von Fristen und vieles mehr. Darüber muss man sicherlich sprechen. Neben den Notfallregeln sind aber auch allgemeine Vorgaben im Bereich der Digitalisierung vorgesehen, die auch längerfristig durchaus bleiben können und sollen. Da kann ich sagen, ja, prima, wir freuen uns, dass Sie auch dahin gekommen sind. Für eine kluge und richtige Entscheidung ist es nie zu spät, hat Frömer Ruth Wagner gesagt. Da hat Sie völlig recht. Ich kann sagen, diese Entscheidungen sind überfällig. Dazu gehört auch, dass es in verschiedenen Gremien möglich wird, in elektronischer Form zu tagen, so Sie das wollen. Jetzt müssen Sie es. Aber auch für die Zukunft und ich finde, auch für die Zeit nach der Pandemie kann das eine Alternative sein. Dazu gehört auch, und das ist natürlich wirklich neu, die Kollegin hat es gerade erwähnt, der Einsatz von Videokonferenzen. Gerade beim Einsatz von Videokonferenzen haben wir einige Fragen dazu gehabt. Es gab auch die Diskussion, in welcher Form ist das datenschutzkonform möglich. Wir haben die aktuellen Angriffe gesehen. Wir sind immer eine Partei als Freie Demokraten. Wir wollen das ermöglichen. Wir finden es gut, dass das ist. Wir wollen nicht sagen, das geht nicht. Aber natürlich muss man hier schauen, und man muss darauf schauen. Man muss schauen, wie ist die Weitergabe von Daten an Dritte? Wie ist es mit dem Einsatz von Tracking-Tools? Kann ich solche Dinge explizit ausschließen? Man muss schauen, ob eine entsprechende Software in ausreichend Form zur Verfügung gestellt werden kann. Das sind schon ganz wesentliche Fragen. Noch eine Frage mit Blick auf Ihren Gesetzentwurf. Da haben Sie so mehrfach an dem gerade erwähnten Punkt den Begriff der Erforderlichkeit bei der Videokonferenz. Das erscheint uns doch etwas sehr vage. Wann ist denn eine Videokonferenz erforderlich? Ich finde, das muss an der Stelle präzisiert werden, insbesondere wenn man den Einsatz auch nach der Krise weiterhaben möchte. Ganz klar, selbst ein bestes Gesetz – das ist es noch nicht, aber vielleicht können wir gemeinsam hinkommen – reicht nicht. Das seit Monaten angekündigte Videokonferenzsystem – das muss endlich einmal so schnell wie möglich auch tatsächlich in die Schulen kommen. Die Vorgaben auf dem hessischen Bildungsserver müssen überarbeitet, und sie müssen entsprechend zusammengefasst werden. Andere Bundesländer sind da schon sehr viel weiter. Wir haben etliche auch vorhin genannt. Jetzt darf ich auch eines nennen. Herr Schwarz muss sich auch in Nordrhein-Westfalen regieren. Aber es gibt auch andere Länder, die durchaus weit sind, wo man sich einfach einmal ein gutes Beispiel nehmen könnte. Das werden Sie mir als Freien Demokraten hier erlauben. Ich finde es schade, dass aus dem Gesetzentwurf, den meine Fraktion vor knapp einem Jahr vorgelegt hat, nahezu nichts Berücksichtigung gefunden hat, wie gesagt, der Gesetzentwurf zur Digitalisierung in der Schule. Ich bin überzeugt, dass der Gesetzentwurf unerlässlich ist, wenn wir wirklich bei digitalem Lernen weiter und nach vorne kommen wollen. Noch ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Uns ist beim Lesen des Gesetzentwurfs aufgefallen, dass Sie ganz häufig von Formulierungen von in besonderen Ausnahmefällen müsse dies und jenes sein. Wir haben statt in besonderen Ausnahmefällen in unseren Gesetzentwurf reingestimmt, im Bedarfsfall. Dann gab es einen Sturm der Entrüstung. Das sei viel zu unpräzise und der allgemeine Bedarfsfall. Aber jetzt in besonderen Ausnahmefällen soll präziser sein, als Sie messen hier ganz offensichtlich mit zweierlei Maß. Vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass auch das Thema mit dem Bedarfsfall nicht ein Problem ist, sondern dass wir uns um die Inhalte kümmern und nicht an solcher Semantik festmachen. Zurück zu Ihrem Gesetzentwurf. Es gibt einige Änderungen, bei denen ich wirklich auf die Meinung der Anzuhörenden sehr gespannt bin und sie wirklich für unverzichtbar halte. Ich mache ein Beispiel des Lehrerfortbildungsgesetzes. Wir haben doch alle die Zuschriften von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und von Lehramtsstudierenden erhalten, und die haben zurzeit das Gefühl, sie fallen hinten runter. Darauf muss man eingehen, und das möchten wir auch gerne an dieser Stelle mit reinnehmen. Herr Präsident, damit komme ich langsam zum Schluss. Ich weiß, Schulbetriebe in der Corona-Pandemie zu organisieren, das ist eine Mammutaufgabe, und das sehen wir auch so. Deswegen möchte ich auch hier allen Beteiligten danken, insbesondere den Lehrkräften, den Schulleitungen und den weiteren Mitarbeitenden an den Schulen, die alle die Vorgaben umsetzen müssen und die wirklich auch vorne mit dabei sind. Das im Übrigen, Herr Staatsminister, ganz häufig auf Grundlage von unübersichtlichen Verordnungen und Erlassen, die sich dazu auch noch ständig ändern. Das ist ein wirkliches Problem. Frau Kollegin Strube hat ganz richtig auf die fehlende Verlässlichkeit hingewiesen. Apropos Verordnungen und Erlasse. Im Gesetzentwurf kommt der Begriff Erlass 61-mal vor. Häufig geht es darum, Näheres zu regeln, und das ist uns schlicht ein bisschen viel, schon aus den vorhin diskutierten Gründen. Meine Damen und Herren, ich komme damit zum Schluss. Uns fehlt mit dem Thema Erlasse einfach viel zu oft die Kontrolle des Parlaments. Hier hoffen wir noch auf Nachbesserungen und dass wir diese 61 ein bisschen reduzieren können. Ansonsten freue ich mich auf eine produktive Beratung nach einer entsprechenden Anhörung im Ausschuss und freue mich auf die Stellungnahmen der Anzuhörenden, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Büger. – Das Wort hat der Kollege Heiko Scholz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Bei allem Lobenswerten, was wir von Herrn Schwarz gehört haben, wird es nun auch ein bisschen Zeit für etwas kritische Betrachtungen. Dafür sind wir auch bekannt. Meine Damen und Herren, temporär gültige Anpassungen bestehender gesetzlicher Bestimmungen sowie Verordnungen an einen gegebenen Ausnahmezustand sind für einen Rechtsstaat unerlässlich. Hier gibt es auch keinerlei Kritik unsererseits. Diese eröffnen jedoch zugleich den Regierungsparteien die Möglichkeit, etwaige Hindernisse beseitigen zu können, die der Durchsetzung der eigenen politischen Agenda im Wege stehen. Ich möchte das hier an drei Dingen konkret darstellen. Es gibt einige mehr, aber auf Kosten der Zeit bleibt mir da nichts anderes übrig. Der mit der Wirkung vom 29. September 2020 neu gefasste § 58 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes, welcher den Beginn der Vollzeitschulpflicht regelt, stand von Beginn an in unserer Kritik. Zur Erinnerung. Die Neuregelung innerhalb dieses Paragrafen gestattet Ihnen, dass auch noch im Jahr 2021 vom festgelegten Zeitraum und von der Berücksichtigung der schulärztlichen Gutachten im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung abgesehen werden kann. Auch in diesem Jahr werden keine Diagnosen erstellt, um frühzeitig feststellen zu können, ob sich ein Kind altersgerecht entwickelt hat und voraussichtlich den schulischen Anforderungen gewachsen sein wird oder ob das nicht der Fall ist und ihm daher besondere Unterstützung zuteil werden muss. Damit entfällt auch weiterhin die außerordentlich wichtige Feststellung etwaiger vorliegender Sprachdefizite, welche der Einschulung zum vorgesehenen Termin entgegenstehen. Eingedenk des Umstandes, dass auf Basis des angefertigten Gutachtens die Empfehlung zum Besuch eines Vorlaufkurses zur Behebung der diagnostizierten Sprachdefizite bis zum Schuleintritt im darauffolgenden Jahr erfolgt, ist in den kommenden Jahren ein signifikanter Anstieg der Anzahl von Grundschulkindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen zu erwarten. Mit der jetzigen Novelle hätten Sie die Gelegenheit gehabt, diesen Missstand zu beheben. Das völlig unbegründete Festhalten der Landesregierung an diesen Verfahrensweisen trotz vielfältiger Kritik – die kam nicht nur von uns – halten wir hierfür für hochgradig verantwortungslos. Das sogenannte Corona-Jahr 2020 hat unseren Schülern eine immense Fülle an Wissenslücken beschert. Mit jedem Tag werden diese größer, und die möglichen Folgen hieraus für die Bildungsbiografien unserer Schüler sind immer schwieriger abschätzbar. Das betrifft insbesondere diejenigen, welche im letzten Jahr trotz ungenügender schulischer Leistungen versetzt wurden. Die freiwilligen schulbezogenen Ferienlerncamps haben sich nachweislich als nicht zielführend herausgestellt. Diejenigen Schüler, welche dieser Art der Unterstützung dringend bedurft hätten, wurden von der Maßnahme überhaupt nicht erreicht. Scharfe Kritik erfolgte auch vom Hessischen Philologenverband, welcher sich klar gegen diese Camps ausspricht. Er empfiehlt dringend die Schließung der Wissenslücken während der Nicht-Ferienzeiten durch Einbindung entsprechender Maßnahmen in den regulären Unterricht bzw. deren Angebot an den Nachmittagen durch fachlich qualifizierte Pädagogen, Lehrer bzw. Referendare. Diesem schließen wir uns an und dringend ergänzend nicht auf eine freiwillige, sondern eine obligatorische Ausgestaltung der betreffenden Angebote. Das HKM setzt nun zur Durchführung dieser wichtigen Beschulungsmaßnahme auf 450-Euro-Basis angestellte Kräfte, deren pädagogische und fachliche Qualifikation keine primäre Einstellungsvoraussetzung zu sein scheint. Die diesbezügliche rechtliche Bestimmung des ergänzenden § 15c Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes lautet, zur Durchführung von Förderangeboten in den Ferien können auch Kräfte, die nicht der Schule angehören, im Rahmen der dafür zugewösenen Haushaltsmittel beschäftigt werden. Das Nähere über den Einsatz der externen Kräfte wird durch Rechtsverordnungen geregelt, insbesondere zu erstens der Bestimmung der Eignung, zweitens der Festlegung von Vergütungsgrundsätzen und drittens den Befugnissen der externen Kräfte. Diese Rechtsverordnung ist uns das HKM bislang schuldig geblieben. Ein Blick in die Rahmenvereinbarung verrät, dass die erwähnten externen Kräfte, welche offenbar nicht notwendigerweise über eine abgeschlossene fachliche bzw. pädagogische Qualifikation verfügen müssen, die Schüler und Schülergruppen selbstständig pädagogisch betreuen und zur Ergreifung pädagogischer Maßnahmen gemäß § 82 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes berechtigt sind. Bemerkenswerterweise gibt man den externen Kräften folgende Handlungseinweisungen auf den Weg, Zitat, körperliche Züchtigung von Schülerinnen und Schülern sind verboten, Zitat Ende. Damit scheint der pädagogische Rahmen hinreichend präzise abgesteckt worden zu sein. Angesichts dieser unzulänglichen rechtlichen Regulierung fordern wir deren umgehende Nachbesserung. Meine Damen und Herren der Landesregierung, im Folgenden möchte ich Sie auf einen der vielen Widersprüche aufmerksam machen, welches ihr bisheriges Wirken absichtsvoll oder auch nicht erzeugt hat. Dem Schreiben des Kultusministers vom 21. Januar dieses Jahres an die Schulleiter ist unter Punkt B allgemeine Regelung für alle Jahrgangsstufen unter Punkt 1 Leistungsbewertung zu entnehmen. Ich zitiere, da grundsätzlich von der Gleichwertigkeit von Präsenzunterricht, Wechselunterricht und Distanzunterricht auszugehen ist, haben die unterschiedlichen Unterrichtsformen keinen Einfluss auf die Leistungsbewertung. Entscheidend ist, dass die allgemeingültigen Bewertungsmaßstäbe eingehalten werden. Das bedeutet, dass für alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe durch das Unterrichtsgeschehen unabhängig von der Unterrichtsform die gleichen Lernvoraussetzungen gegeben sein müssen. Zitat Ende. So weit, so gut. Den Fachlehrern wird dagegen mit dem neu gefassten Abs. 4 des § 28 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses, hier Art. 5 Abs. 2, die Möglichkeit eingeräumt, für den Fall einer Einschränkung des Unterrichtsbetriebes oder einer erforderlichen Abänderung der Stundentafeln, welche zwangsläufig mit einer gleichzeitigen Verringerung der effektiv zu vermittelnden Lerninhalte einhergeht, aufgrund der Corona-Virus-Pandemie von den zuvor festgelegten Grundsätzen der Leistungsbewertung abzuweichen. Kollege Scholz, Sie müssen zum Schluss kommen. Unseres Erachtens hier auf weitere Anpassungen nicht dazu bei, die entsprechende Vergleichbarkeit der Schülerleistungen zu gewährleisten. Hiermit werden die Türen dahingehend geöffnet, die Bewertungsmaßstäbe für die Leistungsmessung abzuschwächen und somit die tatsächlich erbrachten Schülerleistungen zu verzerren. Ich komme dann zum Schluss. Mit dieser Art und Weise der Vorgehensweise winkt man eine ganze Corona-Generation durch und verlagert Probleme lediglich in die Zukunft. Für die gebrochenen Bildungsbiografien dieser jungen Menschen würden Sie dann die Verantwortung tragen. Leider fehlt mir hier die... Herr Kollege Scholz, Sie sind schon zweimal zum Schluss gekommen. Aller guten Dinge sind drei. Dann mach es aber kurz jetzt. Ich freue mich auf die Anhörung. Ich bin da sehr gespannt. Die vorliegende Fassung können wir natürlich so nicht mittragen. Ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Daniel, auf geht's. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie beeinträchtigt das Leben an unseren Schulen sehr. Dort gibt es, wie in allen Teilen des Lebens, einen großen Wunsch nach Rückkehr zur Normalität, nach Planbarkeit. Aber dieser Wunsch kann nicht gänzlich von der Politik befriedigt werden, weil die Corona-Pandemie unplanbar ist, weil sie eine Dynamik entfaltet, die sich der langfristigen Planung, wie wir sie gerne als Politik hätten, leider entzieht. Von daher ist dieser Gesetzentwurf kein Gesetzentwurf, der letztendlich die Probleme, die mit Corona einhergehen, in dem Sinne lösen kann, dass sie nicht mehr da sind, sondern er regelt die Notwendigkeiten, die aus der Pandemie heraus passieren. Da hat der Kollege Schwarz schon sehr viel ausgeführt, was richtig ist. Es wurde allenthalben bekundet, dass man sich über eine ausführliche Beratung im Ausschuss freuen wird und dass man dort auch die vielen kleinen Verästelungen noch einmal betrachten möchte. Ich glaube, dass an diesem Gesetzentwurf, wenn man es ordentlich ausdiskutiert hat, sehr viel Verbindendes sein könnte, und dass am Ende des Tages der Landtag sagt, das sind die Regelungen, die wir jetzt machen müssen, um die administrativen Abläufe in der Schule zu verwirklichen, damit sie rechtssicher sind und an dieser Stelle vielleicht eine große Mehrheit im Landtag zu erreichen. Das wäre sehr schön. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank, Kollege May. – Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Elisabeth Kula, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal eine positive Sache vorweg. Das Kultusministerium hat in zwei zentralen Punkten dazugelernt. Das finde ich super. Auch die schwarz-grüne Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen. Eine Anhörung bei Gesetzentwürfen, auch in der Corona-Pandemie, ist sinnvoll. Gut. Wenn man Regelungen für das Schuljahr macht, dann sollte diese auch bis zum Schuljahresende gelten und nicht in der Mitte auslaufen. Das sind gute Lerneffekte. Darauf kann man auch aufbauen. Im Wesentlichen ist der vorliegende Gesetzentwurf eine Fortschreibung der Corona-bedingten Schulgesetzänderungen aus dem letzten Jahr. Das beinhaltet aber auch ein paar neue Aspekte. Neu ist vor allem, dass die Landesregierung jetzt einige Änderungen unbefristet in das Hessische Schulgesetz aufnehmen möchte. Das betrifft hauptsächlich das Feld der Digitalisierung. Das wurde von dem Kollegen Büger schon angesprochen. Jetzt sollen rechtliche Möglichkeiten zur Nutzung von Videokonferenz-Tools und Lernplattformen geschaffen werden. Ich finde es erst einmal begrüßenswert, dafür eine rechtliche Voraussetzung zu schaffen. Aber leider nutzt das jetzt gerade nicht so viel, wenn das eigene landeseigene Videokonferenz-Tool des Schulportals noch nicht da ist und andere privatwirtschaftliche Anbieter, wie z. B. Microsoft, datenschutzrechtlich höchst bedenklich sind und auch die technische Ausstattung wie WLAN-Sticks für Schüler oder Dienstgeräte für Lehrkräfte eben noch nicht gegeben sind. Immerhin hat der Datenschutzbeauftragte für die Zeit der Krisenbewältigung grünes Licht für die privaten Anbieter gegeben. Auf Dauer können aber die großen US-amerikanischen Anbieter keine Lösung für digitale Angebote an Hessens Schulen sein. Leider sind die von Ihnen gewählten Formulierungen in dem Gesetzentwurf nicht immer unproblematisch. Für die Verarbeitung von Daten bei Bild und Ton, wenn die aus dem Klassenzimmer übertragen werden, fehlt ein Prüfvorbehalt der Anwendung durch die Kultusverwaltung. Das hat Frau Strube vorhin schon angesprochen. Bei Videokonferenzen werden potenziell biometrische Personendaten verarbeitet. Deswegen muss es hier dringend noch aufgenommen werden. Dass jetzt eine Videokonferenz aus dem Klassenzimmer stattfinden kann, ist auch mit Problemen verbunden, die hier im Gesetz und auch in der Begründung nicht ausreichend berücksichtigt sind. Der Kultusminister hat in einer Pressemitteilung veröffentlicht, die er veröffentlicht hat, versprochen, zukünftig stärker ahnden zu wollen, wenn Fremde sich in die Systeme einwählen und beispielsweise pornografisches Material oder gewaltverherrlichendes Material einblenden. Aber wie das dann konkret mit den privaten Anbietern, die aktuell genutzt werden, verhindert werden kann, lassen Sie wieder einmal offen. Auch vollkommen unklar ist, ob und wie es verhindert werden kann, dass Bild oder Ton mitgeschnitten und anschließend verbreitet wird. Die Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte und auch der Schülerinnen stehen hier auf dem Spiel. Auch wenn aktuell Videokonferenzen aus dem Klassenraum schwer umgangen werden können – das ist nun einmal so –, muss man sich schon fragen, wie sinnvoll es ist, solche Möglichkeiten jetzt unbefristet in das Hessische Schulgesetz aufzunehmen, wenn die Bedenken und Risiken nicht ausgeräumt werden können. Nur einmal so nebenbei. Sie wollen jetzt unbefristet gesetzlich verankern, dass das in der Schule möglich ist, aber lehnen mit den gleichen Bedenken, die ich gerade aufgezählt habe, die digitale Ausschusssitzung hier im Landtag ab. Wenn Sie aber die potenzielle Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Lehrerinnen und Schülern in Kauf nehmen, dann können Sie hier im Landtag sich nicht mehr damit herausreden. Ausdrücklich zu begrüßen ist – das muss man auch einmal sagen –, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr wieder nicht sitzen bleiben müssen und nur freiwillig das Schuljahr wiederholen können. Auch gut ist, dass weiterhin in der Grundschule in der Sekundarstufe 1 von der Stundentafel abgewichen werden darf und dass Alternativen zum Betriebspraktikum ermöglicht werden, ohne dass den Schülerinnen und Schülern Nachteile entstehen. Es war auch höchste Zeit, dass auch rechtlich die Möglichkeit für Schulen geschaffen wird, für Ferienangebote die VSS-Kräfte einzusetzen – besser spät als nie. Einige Regelungen aus dem letzten Jahr wurden aber auch nicht verlängert. Beispielsweise sollen in diesem Jahr wieder Prüfungen notwendig sein, um den mittleren Abschluss der Berufsfachschule abzuschließen. Da würde mich schon einmal die Begründung interessieren. Wurde das jetzt vergessen? Diese Fixierung auf Abschlussprüfungen generell bei Ihnen ist sowieso angesichts der aktuellen Situation kaum nachvollziehbar. Angemessen wäre eine klare Ansage, dass mehr Lernzeit geschaffen wird, Klausuren und Prüfungen deutlich reduziert oder sogar abgesagt werden und die Stundentafel generell überarbeitet wird. Für Sie ist es aber kaum vorstellbar, dass Bildung auch anders aussehen kann, als permanentes Bulimielernen zu befördern und Kinder und Jugendliche in krankmachenden Stress zu versetzen. Stattdessen können Sie sich aber ganz gut vorstellen, die Schuleingangsuntersuchungen zwei Jahre lang auszusetzen. Das ist wirklich tatsächlich eine ganz schlechte Idee, die negative Auswirkungen auf den Bildungsweg von Kindern haben wird. Es kann kein Förderbedarf festgestellt werden, und für viele Kinder ist das tatsächlich eine der wenigen ärztlichen Untersuchungen überhaupt. Die Begründung, diese Schuleingangsuntersuchung auszusetzen, ist wirklich entlarvend. Ich habe das vorhin schon einmal angesprochen. Da geht es dann wieder um den öffentlichen Gesundheitsdienst und um die Gesundheitsämter. Sie seien dazu aktuell nicht in der Lage. Das zeigt doch, wie fatal die Politik der letzten Jahre war, den Gesundheitsdienst zusammenzusparen und Personal abzubauen. Hier muss ein Weg gefunden werden, die Schuleingangsuntersuchungen in diesem Jahr auch unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen. Ansonsten bin ich gespannt, welche Erkenntnisse die schriftliche Anhörung bringen wird und dass sie nicht nur das übliche Schaufenster wird, was man auch manchmal kennt, dass sie die guten Erkenntnisse leider nicht aufnehmen, selbst wenn sie ihrem Anliegen gar nicht schaden würden. Anstatt sich mit Praxisbeiräten, Konzeptgruppen usw. zu schmücken, die letztlich nur Abnickvereine sind und kein wirkliches Partizipationsgremium darstellen, sollten Sie doch wirklich einmal auf die Betroffenen hören und sie in den Entstehungsprozess von Gesetzen einbinden. Damit wäre schon viel gewonnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Herr Kollege Kahnt möchte gerne noch sprechen. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt. Herr Kahnt, Sie haben das mittlerweile auch eingespielt. Es sind zwei Minuten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Gesetzentwurf wird hier eine Antwort gegeben, und zwar auf das, was eine Corona-Pandemie eigentlich zwingend notwendig und auch erforderlich macht. Dieser Gesetzentwurf geht in einer wirklich beachtenswerten Gründlichkeit vor. Wenn man ihn genau studiert hat, hat man gesehen, diejenigen, die sich damit befasst haben, haben alle Bereiche, die die Schule eigentlich angeht, entsprechend betrachtet. Sie haben versucht, bestimmte Maßnahmen so zu regeln, dass tatsächlich, erstens sind es Kannbestimmungen, aber zweitens, dass es auf die Belange der Schulen entsprechend eingegangen wird. Ich finde das richtig gut. Das will ich hier einmal sagen. Das ist ein wirklich gelungener Gesetzentwurf. Ich bin aber auch bei einigen Punkten, wo ich sagen müsste, da müsste vielleicht noch ein klein wenig Gesprächsbedarf vorhanden sein. Das wird auch so sein. Wenn ich beispielsweise an die sportpraktischen Prüfungen sehe, wenn ich die Leistungskurse in einem Abitur sehe, wenn das sich nur auf eine theoretische Prüfung beschränkt, das ist ähnlich problematisch wie beispielsweise bei der Lehrerausbildung, wo es eben auch jetzt gerade zu Corona-Bedingungen eben natürlich wegen der Unterrichtsmöglichkeiten, die unterrichtspraktischen Prüfungen sind eigentlich nicht mehr möglich, also wird auf Theorie entsprechend gesetzt. Das kann natürlich schon zu Verschiebungen führen, und selbstverständlichem Nachweis müssen auch entsprechend Lehrer finden, gerade wenn sie in der Lehrerausbildung sind, ob sie tatsächlich auch unterrichten können. Das wird natürlich unter den Pandemie-Maßnahmen schon ein klein wenig außer Kraft gesetzt, aber ich habe auch Verständnis dafür. Aber was mir noch am Herzen liegt, das wäre vielleicht auch noch ein Besprechungspunkt neben der sportpraktischen Prüfung, das wären beispielsweise die mündlichen Prüfungen im Abitur, die auch als Videokonferenzen gemacht werden können. Da denke ich, das müsste man vielleicht noch einmal genauer betrachten, denn ich denke, im bisherigen Verfahren war es eigentlich immer so gewesen, dass die Prüfer entsprechend neben den Schriftführern und denjenigen, die aus der Schulhaltung waren, die haben dann entsprechend die Prüfungskommission gemacht und haben sich anschließend darüber beraten. Also das wäre eine Sache, ob wir darüber zu reden sind. Aber insgesamt muss ich sagen, aus pädagogischer Sicht hat mir der Gesetzentwurf sehr, sehr gut gefallen, weil er beispielsweise auch diese Dinge betrachtet, nämlich was machen wir denn jetzt beispielsweise unter Pandemiebedingungen und zwar mit denjenigen, die eigentlich sozial schwächer sind und die beispielsweise in einem Leistungsbereich sich befinden, die vielleicht dann, wenn man es einmal mit normalen Maßstäben nehmen würde, unter Umständen eigentlich nicht versetzt werden können. Das finde ich richtig vernünftig, dass denjenigen geholfen wird. Aus diesem Grunde bin ich dankbar für diesen Gesetzentwurf und ich freue mich auch auf die Anhörung und gleichzeitig noch auf die entsprechenden Diskussionen im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kahnt. – Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Staatsminister Prof. Lorz. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als das erste Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus im Frühjahr letzten Jahres in den Landtag eingebracht wurde, mussten wir unter enormem Zeitdruck auf eine für uns alle ungewohnte und so niemals vorhergesehene Situation reagieren. Unsere Aufgabe war, alles zu tun und den berechtigten Ansprüchen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Sie sollten keine Nachteile in ihrer Schulbiografie durch die Schulschließungen damals des Frühjahres erleiden. Zugleich mussten wir auch ihrem Recht auf Bildung und Ausbildung so gut wie möglich gerecht werden. Ich glaube, wir können im Rückblick sagen, dass das Gesetz, das wir jetzt intern Corona-1-Gesetz nennen, dafür gute Voraussetzungen geschaffen hat. Was letztendlich den Schülerinnen und Schülern zugute kam, haben wir natürlich vor allem auch den Lehrkräften zu verdanken, die sich in einer solchen Sondersituation mit Engagement und Kreativität vor Ort für ihre Schülerinnen und Schüler eingesetzt haben. Deshalb möchte ich Ihnen in Anlehnung auch das, was einer der Kollegen hier gesagt hat, bevor ich auf den aktuellen Gesetzentwurf zu sprechen komme, an dieser Stelle noch einmal besonders danken. Es ist nun einmal so, dass sich all das, was an Schulen nötig ist, nur begrenzt in Gesetzesform gießen und regeln lässt. Aber das Gesetz muss die Grundlage sein, damit die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule gut und sinnvoll arbeiten können. Als das erste Corona-Schulgesetz verabschiedet wurde, hatten wir alle gehofft, dass die Pandemie binnen Jahresfrist überwunden sein würde. Liebe Frau Kollegin Strube und Frau Kollegin Kula, ein Kompliment, wenn Sie das damals schon vorhergesehen haben, dass das nicht der Fall ist. Aber das spielt doch eigentlich gar keine Rolle, nicht nur, weil es jetzt auch vorbei ist, sondern weil, das hat Kollege Büger völlig zu Recht herausgearbeitet, wir reden hier von Notfallregelungen. Mit Notfallregelungen sollte man immer vorsichtig sein, insbesondere damit, auch wenn der Notfall eingetreten ist und das war im Frühjahr 2020 unzweifelhaft der Fall, ganz weit in die Zukunft zu greifen und sich höchst vorsorglich jede Menge an Ausnahmebefugnissen gesetzlich zu gestatten oder als Regierung von diesem Hohen Haus gestatten zu lassen. Das mag praktisch sein, aber eine solche Befristung hat auch den guten Sinn, dass man nach einem bestimmten Zeithorizont und jetzt mit dem Ablauf des Gesetzes zum 31. März vor Augen einfach noch einmal draufschaut, gemeinsam überlegt, was sinnvollerweise beibehalten werden sollte, was wir möglicherweise an zusätzlichen Regelungen brauchen, was wir auch wieder lassen können oder was ist sogar auf Dauer tauglich. Diese Gelegenheit haben wir jetzt, und dafür sollten wir, glaube ich, auch dankbar sein. Ich habe eben schon ganz kurz die unterschiedlichen Kategorien der Normierungen angesprochen, um die es hier geht. Wir haben Normen, die aus dem ersten Corona-Schulgesetz fortgeschrieben werden müssen. Wir haben Regelungen, die wir zwar beibehalten, aber der aktuellen Entwicklung entsprechend modifizieren. Wir haben Regelungen, die den Schulen Flexibilität eröffnen, um auf die konkrete Situation vor Ort eingehen zu können. Dann haben wir Regelungen, die auf einen neu entstandenen Regelungsbedarf an der einen oder anderen Stelle reagieren. Schließlich haben sich einige Regelungen im schulischen Alltag so bewährt, dass sie auf Dauer beibehalten werden sollen. Ich will das vielleicht nur anhand von einigen wenigen Beispielen erläutern, die aber auch zum Teil schon angesprochen worden sind. Es freut mich zu sehen, dass dieser Gesetzentwurf in diesem Hause schon intensiv gelesen worden ist. Zum Beispiel die erste Kategorie, die fortgeschriebenen Regelungen. Ja, da geht es zum Beispiel um verlässliche Schulzeit, durchgehenden Unterricht in der gymnasialen Oberstufe, Zahl der zu erbringenden schriftlichen Leistungsnachweise. Da brauchen wir weiter Flexibilität, weil wir dann natürlich an den festgefügten Regelungen, die von Normalzeiten gelten, so nicht festhalten können. Auch wenn ich mir wahrscheinlich mit Frau Kollegin Kula über die Notwendigkeit und den Sinn von Abschlussprüfungen letzten Endes nicht einig sein dürfte. Die zweite Kategorie sind wir uns zumindest darüber schon einmal einig. Das ist ja auch etwas. Die zweite Kategorie sind modifizierte Regelungen. Auch hier ein Beispiel aus dem Bereich der Prüfungen. Da hat das erste Corona-Schulgesetz noch bindend für das zurückliegende Schuljahr vorgesehen, dass etwa die Projektprüfung im Hauptschulbildungsgang oder die mündlichen Abiturprüfungen als Einzelprüfungen durchzuführen waren. Das haben wir jetzt nicht einmal als bindende Vorgabe aufrechterhalten. Da bin ich auch optimistisch, was den Sommer angeht. Aber wir haben selbst Kannbestimmungen beibehalten. Damit haben die Schulen die Möglichkeit, auf eine eventuelle aktuelle Pandemiesituation vor Ort flexibel zu reagieren. Das trifft auch auf andere Bereiche in dem Gesetz zu. Das ist die dritte Kategorie. Wenn wir beispielsweise an die Belegverpflichtungen in der gymnasialen Oberstufe denken, brauchen Schulen Flexibilität, genauso wie für mögliche Abweichungen von der Stundentafel. Das ist einfach das, was das Virus, was die Pandemie im Moment noch erzwingt und was sich auch jetzt mit Blick auf den Zeithorizont des neuen Gesetzes nicht abschließend vorhersehen lässt. Neuen Regelungsbedarf, das ist auch schon angesprochen worden, haben wir beispielsweise für die Teilnahme per Videokonferenzsystem am Geschehen im Klassenzimmer. Da haben wir natürlich die Punkte Datenschutz und Datenverarbeitung. Wir reden morgen noch einmal über digitale Bildung. Dann können wir auch gerne noch über die zukünftigen Lösungen für das Videokonferenzsystem reden. Aber eine gesetzliche Grundlage brauchen wir für die Nutzung jetzt erst einmal auf alle Fälle, um einfach größere Rechtssicherheit zu erzeugen. Schließlich werden die Regelungen, die künftig unbefristet weitergelten werden. Auch das ist Ihnen schon aufgefallen. Das freut mich, dass Sie alle mit dem Bereich der Digitalisierung zu tun haben, nicht unbedingt mit der Digitalisierung jetzt des Unterrichts, aber beispielsweise mit Sitzungen, Dienstbesprechungen und Konferenzen. Die hatten wir auch befristet freigegeben in elektronischer Form. Ich glaube, die Erfahrungen, die damit gemacht worden sind, sind so gut, dass man diese Möglichkeit auf Dauer beibehalten sollte. Das heißt jetzt nicht, dass das immer und in Zukunft nur noch elektronischer folgen sollte. Ich glaube, wir haben auch alle gelernt in dieser Pandemie, wie toll auf der einen Seite die digitalen Möglichkeiten sind, um so etwas durchzuführen, aber dass auf der anderen Seite an bestimmten Punkten einfach das reale Zusammenkommen von Menschen in einem physischen Raum auch dringend erforderlich ist. Ich bin überzeugt, wir werden in der Zukunft eine gute, eine neue Balance finden. Aber auch dafür brauchen wir den gesetzlichen Rahmen. Schließlich der allerletzte Aspekt. Damit will ich auch schließen. Wir alle gehen davon aus, irgendwann werden wir diese Pandemie überwunden haben. Ich glaube und hoffe, dass das Ende des nächsten Schuljahres dafür wirklich ein gutes Datum ist und dass wir kein Corona-3-Gesetz mehr brauchen werden. Aber ganz sicher werden wir auch das ganze nächste Schuljahr hindurch noch damit beschäftigt sein, auch das irgendwie wettzumachen, auszugleichen, was natürlich Corona an Schäden, an Bremsspuren in unserem Bildungssystem hinterlassen hat. Darüber werden wir ganz bestimmt auch in diesem Hause noch viel diskutieren. Dann reden wir auch über solche Sachen wie beispielsweise zusätzliche Förderangebote, Schicksal der kleinen Fächer. Das können wir alles jetzt nicht im Gesetz regeln, aber das werden wir gemeinsam in den Blick nehmen und werden wir ganz bestimmt auch noch viel miteinander debattieren. Bei einem so großen Gesetzesvorhaben – ich bedanke mich auch für die Komplimente, die hier an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen sind, die das fachlich ausgearbeitet haben –, dass nach wie vor einem zwar nicht mehr so großen Zeitdruck wie im Frühjahr 2020, aber doch unter nach wie vor erheblichem Druck entstanden ist, ist es unvermeidlich, dass da vielleicht auch die eine oder andere Sache drin ist, die man noch besser machen kann. Deswegen halte ich es auch für eine gute Idee, wenn wir gemeinsam in eine Anhörung gehen, mit entsprechend verkürzten Fristen, weil wir müssen es ja vom 31. März in Kraft setzen. Ich freue mich auf diese Anhörung und auf die weitere Diskussion im Ausschuss. Natürlich wäre es auch mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir an den einzelnen Punkten, wo vielleicht noch kleinere Diskrepanzen bestehen, so zusammenkommen können, dass wir am Ende dieses Gesetz auch mit einer großen Mehrheit im Landtag verabschieden können. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Prof. Norz. – Damit sind wir am Ende der Aussprache der ersten Lesung. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den KPA. – Vielen Dank. – Danke.